Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz am Ende des achten Spieltages nach dem Spiel der Straubing Tigers gegen die Schwenninger Wild Wings. Ganz besonders begrüßen darf ich unseren Gast Paul Thompson und den Trainer der Straubing Tigers, Tom Pockel und dann darf ich auch den Trainer der Schwenninger Wild Wings um sein Statement bitten. Mr. Thompson, bitte. Ja, ich meine, congratulations Tom und Straubing, ein starkes Spiel, aber ich bin sehr entschuldigt mit unserer Gruppe heute. Ich meine, in den letzten vier Spiele, ich dachte wirklich, dass wir weitergehen. Heute war unser Effort und wir haben Schmerz und es war einfach zu easy zu score on uns und ich bin sehr, sehr sehr disappointed mit unserer all-round-effort und ich nehme nichts von Straubing, die hat ein fantastisches Start und macht es hart für dich, aber ich einfach nicht like unser Effort an, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass es unacceptable ist. So, das kind of performance, win, lose, oder draw, over den letzten vier vergangenen, wir haben in Penalty-Shots und wir haben in München gewonnen, aber ich kam weg zu denken, mein Team gab mir, was sie hatten. Ich glaube nicht, dass sie das heute gemacht haben. Also, das ist sehr entschuldig. Danke, Mr. Thompson. Und nun bitte ich den Trainer der Straubing Tigers, Tom Pockel, um sein Statement zum Spiel. Dankeschön, danke, Paul. Wir waren auf heute Abend sehr vorbereitet. Wir haben es mit den Gegnern zu tun, die einen ziemlich guten Spiel, ich dachte, die waren mehr oder weniger die große Spielablauf gegen München, die bessere Mannschaft. Die waren läuferstark, bissig in die Zweikämpfe. Wir spielen gegen eine Mannschaft mit einem bärenstarker Powerplay heute Abend und der Schlüssel war der Vorbereitung. Ich dachte, dass in den ersten Abschnitt, in den ersten paar Minuten Schwöningen war die bessere Mannschaft, der bessere Start. Die waren ein bisschen bissiger, schneller zu der Scheibe, besser in die Zweikämpfe. Es hat eine Weile gedauert, bis wir unseren Rhythm gefunden haben. Und ich denke, dass die Powerplays und die Überzahl-Situationen dann im ersten Dürrl hat uns mehr Zeit in die Angriffszone gebracht und dann alles hat sich beruhigt. Und insbesondere mit dem Ausfall von Benny Cole und Travis Turnbull. Vladi Felin hat sein Comeback gefeiert. So wir haben umgestellt, wir müssten und neue Stürme rein. Und letztendlich haben wir unseren Rhythm gefunden und die Führung übernommen. Im zweiten Drittel war er überflutet mit sehr vielen Special-Teams, Powerplay, Penalty-Kill. Es waren ein paar haarige Situationen im Penalty-Kill. Schwöningen hatte einen starken Powerplay. Und wichtig war, wir haben Schüsse blockiert, wir haben uns geopfert in dem richtigen Moment. Ein guter Penalty-Kill. Viele Schüsse blockiert, Birdie sehr gut gespielt, Special-Teams-Artefactor. Und ich denke, wir sind im Ablauf des Spiels und auch von unserer Seite, das Spiel zu Spiel. Besser mit Defense, besser mit Puck-Management und können das Spiel besser mit Management und mehr Zeit in die Angriffszone, dass wir die Wechsels und die Eiszeit mit guter Ausgelösenheit mit vier Reihen spielen können. Und deswegen war es, glaube ich, ein wichtiger Schritt für Vladi und auch für Brunhuber und unsere dritte und vierte Reihe mit sehr viel Eiszeit heute Abend. Es waren wichtige drei Punkte heute Abend und wir schauen jetzt auf das nächste Spiel am Sonntag gegen Berlin. Dankeschön. Vielen Dank, Tom. Noch kurz zu den Ergebnissen der anderen Spiele. Gibt es Fragen der anwesenden Medienvertreter? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich die heutige Pressekonferenz beschließen und wünsche unseren Gästen, Mr. Thompson, a good trip home. Dankeschön.